willkommen zurück zu einer neuen folge elton ring wir sind hier in diesem kerker drinnen wo ich nicht mehr rauskomme und die viecher eindeutig zu stark für mich sind ich will jetzt mal fernkampf probieren ob das funktioniert aber ich habe nicht mehr viele feile das ist doof sehen ob das ein bisschen mehr schaden macht ich habe Dunkelschmiedestein. Sehen die mich, wenn ich hier durchschleiche? Oh, der da oben. Ah, Drecksvieh. Drecksvieh. Okay, ich kann aber meine Seelen holen und dann versuchen wir da irgendwie wieder rauszukommen. Das bringt noch nichts. Okay, aber ich habe auch nicht mehr viele Seelen gehabt, oder? Ausgerechnet da sind meine Seelen. Oh, der sieht mich. Alter. So, weg hier. Gehen wir hier durch, ja? Alter. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Sieht ja mega creepy aus. Alter, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Sieht ja mega creepy aus. Gut, wir hauen wieder ab. Geh mal hier hin. Gehen wir da hin. Ich glaube, da sollte ich auch noch gar nicht sein da hin. Es gibt vielleicht Spieler, die schaffen das da durchzukommen, aber ich leider nicht. So, wo wollte ich hin? So, wo wollte ich hin? Da. Da oben waren wir. Da ist die Küste. Da ist die Küste. Gehen wir mal da hin. Und hier gibt es auch noch was. So, gehen wir erstmal da hin, würde ich sagen. Da waren wir schon, oder? Das war doch das. Oder? Oh. Ja, da waren wir. So würde ich sagen, gehen wir da hinten hoch. Okay. Eine Schildkröte. Das war hier? Okay. Ich habe gedacht, da liegt ein Item. Pilz. Da war noch was. Da war noch nicht. Es ist erinnert. Das war doch irgendwo. Es ist ein Ding. Wir sind damit. Es ist der Weg da, eine gute Idee. Um Glockenze. Wir sind da noch ein Ding. Ja, das ist das nicht. Dann machen wir ihn da. super er steckt hier fest oder wie ruinen fragt man das ja noch einer hallo schön 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 da ist ein riese alter niemals schaffe ich die deutsch neu und was war das auch? goldener was? feder? federfuß? was? was ist denn das bitteschön für ein konvoi? ich gehe erstmal hier zur ruine erstmal gucken was da ist ich sehe was da ist eine blume und hier ist auch noch was aber so 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 Okay. Yes. Schön. Okay, nicht schön. Aber da ist noch eine kleine. Ach ne, sie gehört zusammen. Gut. Hör auf zu blühen. Hör auf zu sprühen. Na, wie lang noch? Gut. 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 Komm, ein Pfeil und der ist weg Super Was ist das? Goldene Rune Okay, ist nicht übel, kann man gebrauchen Ich auf alle Fälle Ja, da geht's rein Ist ja noch nicht Ein Item, ja Das war das, Glühstein Keine Ahnung, für was man das braucht, aber Ich habe einen Glühstein So, und da unten war doch wieder Bosskampf, habe ich gesehen Will ich da rein, oder will ich nicht da rein 2.500 Seelen, naja Geh mal rein Noodflake Wo war die Höhle jetzt gewesen? Ich blindfisch Hier Die ist weg Ach, hier Wusste ich's doch Schauen wir mal Die ist weg Ja. Komm her! Komm her! So kann ich meine Freunde nicht rufen hier. Voll in die Fresse. Oh oh! Und weg! No, zu früh. Ah, fast, fast, fast! 5% Leben hat er noch gehabt. Okay. Okay. Wieder rein. Okay. 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 So war es wieder ganz einfach. So war es einfach. Ein Fall. Also, ich hatte ja hier noch einen. Deutsch gefunden. Ach so, hier habe ich noch ganz viele andere Dinge. Aha. Wo sind die Waffen? Deutsch. Ja. 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 Hmm. Ah, so geht das, okay. Was ist das für ein Ding? Okay. Was habe ich noch? Okay. Tollsch. ist eher was für die schnelligkeit zauberer voraus we tarnished are we wonder you should turn up here i am selling her sorcerer quite plainly why are you here ah a yen for glimstone sorceries i dare say your proclivities are far from ideal oh well perhaps nurture will defy nature with a bit of luck but one must choose one's masters wisely i was exiled from the academy of rea lucaria as a reviled apostate witch do you still wish to learn from you well you are a piece of work very well you are now my protege in glimstone sorcery but i refuse to coddle or cast kind words never anticipate grievances young apprentice sind es für sachen so 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 young apprentice first things first you are a tadpole when it comes to magic infantile without the legs to walk so to become a sorcerer first you must face your ignorance now shall we start learning how many rounds have you how many rounds have you what so 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 then I will try to let's try your fingers Wen and how many rounds have you you have you have you you have you have you have to Hm. Finger versuchen. Wie kann ich hier das ändern? Hm. Wie kann ich das? Wir lassen uns. Wir wollen uns nicht mehr. Wir müssen aber auch die Karte so ausführen. Wie kann ich das? Wollen Sie weitergehen? Wir wollen das alles gut. Wir wollen dich nicht weitergehen? ich habe Zeit mit Länden das eine Ding kaufe ich mir die irgendwie kann man bestimmt auch mehrere auf einmal nutzen ja 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 Oh, das kostet doch noch eins Gut, das war's. Verziehen wir uns hier Gut Oh, was gibt's denn hier? So, den machen wir als erstes weg hier Wer zaubert hier? Das ist ein Magier, die Sau Ich hab keinen Bock auf mich, hab ich das Gefühl Ach, das ist ein Magier Messing Schild? Ach nö, was sind das da für eine? Ich will meine Zauberkugel haben, wo ist denn die hin? Er ist weg, scheiße. Help us out, Kaleem. Yes, come here. Ja. Okay. Okay. Okay, jetzt stampft er bestimmt. Okay. 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 Ouch. Ah, hinterlistig. Blödes Vieh. Okay. Gut, viel Leben hast du nicht mehr. Komm, knie dich. Nice, nice, nice. Gut. Und was gibt's hier? Du bist, ja. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist die Kutsche? Gut, hier ist irgendwo der Pfahl, gehen wir da hin So liebe Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir Schluss mit dieser Folge Wir haben einiges erlebt, kam diesmal so gut wie ohne zu sterben voran Langsam gewöhnt man sich daran Ich bedanke mich fürs Zusehen Haut rein und bis zum nächsten Mal, euer Prinz und Tschüss!